und weiter europäischen Wüste und zu Juli zu kommen müssen wir die Knochen der Hände zerstören und ihr wisst bestimmt noch wie das geht also wo wir uns diese Drecks Käfer-Eier oder was auch immer Käfer-Babys keine Ahnung schnappen uns die Käfer und zwar los folgt mir immer schön folgt Artnach na ja nur folgen sie mir noch ich sehe Uelz okay und jetzt ich glaube es hat sogar geklappt und er ist nicht mal so gut der Scherke lebt noch das hast du gut gemacht und der Weg ist frei aha Feuerkäfer lange nicht mehr gesehen ihr seid auch nicht stärker geworden ja ich habe euch ja schon im letzten Video erzählt dass ich ein bisschen Schergenenergie gesammelt habe also wir haben jetzt auch fast 700 oh fuck was war das diese Typen da drüben also wir haben fast 700 rote Energie ein bisschen fleißig muss ich auch mal sein Aua gut dass sie überhaupt nichts draufhaut draufhaut Geld kann ich immer gut gebrauchen da hey wie könnt ihr es wagen Mann, diese ganze Qualm. Weg, weg. Ich möchte noch einmal betonen, wie sehr ich Sandwürmer hasse. Es gibt in der ruborischen Büste auch noch eine Lebenssäule, soweit ich das weiß. Aber um anständig an die heranzukommen, müssen wir leider über so einen scheiß Sandwurm fällt. Das wird nicht leicht. Das wird wirklich leicht. Oh, unsere Scherke haben schon 325% Stärke. Das ist wirklich viel. So. Jetzt. Hey! 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 ihr nervt mich tu das nie wieder na jule wo bist du es nervt mich so kommt ruhig her ist mir scheißegal wir können gar nichts hier oben ist was ich verstehe zwar nicht warum das ding ist die statue der muttergöttin ja ja das ist wirklich ein kluger Plan genau wie wir also fangen ja ja immer diese Scheiß also da haben wir letztendlich doch die Statue gefunden und jule jule ist der fünfte held da haben wir bald alle sieben zusammen alle sieben die uns daran hindern wollen unser Reich auszuweiten hey wir pfeifen okay ich habe noch ungefähr vier Minuten wir müssen gleich so Kontrollpunkte für unsere Schergen legen dass sie sozusagen bewachen eine bestimmte Stelle und dort wird jule dann nicht vorbeigehen sie wird immer vor uns fliegen wenn wir ihnen nahe kommen sie müssen wir alle unsere Schergen gut verteilen so hey hey so nein nein so 3 ihr habt jetzt erstmal hier stehen ich habe ja keine Probleme damit da ist sie sie läuft schon weg feige noch mal drei Schergen ran noch mal drei Schergen ran hey jule noch lang das haben wir abgesperrt wenn sie da lang naja gut ich mach jetzt mal das Video aus den Rest erlegen wir später